Und damit herzlich willkommen zu einer neuen folge beim schnellen spiel in train symbol 3 ja Wir fahren ein szenario was länger 30 minuten ist und lassen mal wieder Das glück den zufall entscheiden was wir fahren ich bin und wenn ich wagt der nicht gewinnt das sieht nach Saus ist ein high speed aus Mit einer class 66 willkommen heute haben wir den zuverband einer class 66 von dartwood nach huge junction übernommen Wo dieser abgestellt wird und wir einen weiteren zuverband zurück nach dartwood übernehmen müssen sehr cool class 66 mal wieder Den wir auch schon zweitmal schon gefahren es gibt so ein paar logs die oft ausgewählt werden muss man sagen Fähderspeichbremse ist gelöst gucken wir eben nach dem cut in Select Ist drin Vorwärts kombi hebel Die können wir lösen Fährt ja gerade was ein oder aus Ja Ja Den lösen wir auch mal Schönen schnee auch wieder unterwegs hier mit den zügen die den schnee ein bisschen aufwirbeln sehr cool So Hier war mal schön den sound wir machen fenster wieder zu Wir sollen das spitzen signal noch einstelle ab tag fahrt wo ist das denn jetzt ich habe mal eben Warte bis das signal freigibt Das war hier ne ja Da oben Warte bis das signal freigibt Wir müssen das haus ist dann wie gesagt erst mal noch vor lassen stehen dart fort da war glaube ich auch noch nicht Sehr cool Fährt noch ein weiteres haus ist dann aus Was haben wir geladen nichts leere wagen okay vielleicht über volle wieder mit zurück Können wir vorstellen Und dann warten wir ein bisschen bis das signal freies Halten wir die bremse müssen lösen in der mindestens gemacht und höher So Warten sie bis die bremszylinder zeige 90 anzeigt da ist ein zylinder oder Die air flow ist das ein bremszylinder Ja gut ich auf jeden fall Bewegen sie die leistung um in die bremse bewegung zu kommen um in die bremse zu kommen genau Leistung aufschalten Und dann geht es jetzt bis ho junction ho junks nicht hoch ho junction neben gleis 10 a Es wäre weniger der große güterbahnhof von saucy star night speed Große in anführungszeichen gibt noch deutlich größere im spiel aber ein größerer So Wieder schön im schnee unterwegs Hatten wir letztes mal auf der würzburg strecke wo es auch so angefangen hat so heftig zu schneien Ich finde die weite die geräusche wenn man überweichen und über so über fährt sehr cool gemacht Kaum leistung Ich habe ein bisschen instrumenten beleuchtung an sieht cool aus Er steht hier gerade in der abstellung Der titel ist ja wer nicht wagt der nicht gewinnt ich bin mal gespannt was wir noch zu tun haben Was wir wagen müssen um zu gewinnen Ein bisschen was wird uns wahrscheinlich noch erwarten Ich kann hier nochmal ganz kurz hier reinspringen Ja Ankuppeln abkuppeln Ankuppeln abkuppeln Gut okay das ist jetzt So ähnlich wie ich mir das gedacht habe Dann geht es wieder zurück nach dartford Einfach nur ein rohr da oben ne Ja Ich habe jetzt gewundert was das da hinten ist aber es ist einfach nur so ne Irgendwie ein versorgungsrohr Was da oben über die strecke geleitet wird Gibt es ja häufiger Also so versorgungsrohr Also Gas Pipelines und sowas Die auch oberirdisch zu sehen sind Oberirdisch nachgeleitet werden Das gibt es häufiger mal Wir machen mal stufe 2 oder so rein Dass wir nicht so schnell werden Der Sound klingt schon gut ne Also wenn man das mal vergleicht Wir sind ja glaube ich auch Vor ein paar Folgen Da haben wir die Class 66 in der Mit den älteren Sounds gefahren Also die haben die Sounds nochmal schön überarbeitet Auch dieses Tuckern Dock 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 Wenn wir jetzt fahren Ich habe noch nie in der Realität eine Class 66 gesehen Oder gehört Obwohl vielleicht auch schon mal irgendwo in Deutschland Also nicht bewusst Die fahren ja auch durch Deutschland Werden auch in Deutschland eingesetzt Aber Das kann ich mir vorstellen Dass das so klingt Bei so einem Dieselmotor So geht bis Signal Gerade haben wir es noch gesehen Geht bis Signal Das heißt es könnte sein Dass ein Zug vor uns ist Würde es sogar vermuten Geht es bergab? Es geht bergab Dann müssen wir ganz kurz Bisschen die Bremse anlegen So nicht zu schnell werden Ja Guck mal dann Legt das direkt relativ stark an Gut auch dass die Regenschirme hier rausgeholt werden Im Schnee Nutzt man so oft Regenschirme im Schnee? Das will ich von außen hören Schöne Sounds Schöne Sounds So So Rechts von uns hier auch die schöne Schöne Dorf mit der Kirche Vielleicht das auch immer ist hier Wie wir gerade im Hintergrund gesehen haben Gefällt mir sehr gut Aber ich mag generell Schneefahrten Bisschen schneller können wir glaube ich noch Da kommt nochmal ein South Eastern entgegen Hallo Bisschen mehr Leistung können wir noch aufschalten Klingt jetzt im Tunnel anders Nein, nein, nein Kein Tunnel echt vorhanden Schade Wir fahren hier auch die ganze Zeit so Eingeschnitten durch die Landschaft Wenn man das so nennen will Also wir fahren die ganze Zeit in so einer Kuhle Ich mag den Begriff Kuhle Oder Senke Gibt's mehrere Begriffe für Ihr wisst was ich meine Ein bisschen eingeschnitten durch die Landschaft Das ist ja auch wesentlich einfacher Da kann man Straßen wie diese hier vorne Wesentlich einfacher über die Bahnstrecken rüber führen Da man die dann eben verlegen kann Da die Bahnstrecke eh schon tiefer gelegt ist Später war es eigentlich morgens Bis 7 Uhr 29 morgens Also eigentlich relativ waschauer ne Deswegen ist hier auch wahrscheinlich vier Personenverkehr gerade Leistow wieder raus Ein bisschen Leistow dazu packen Ein bisschen Leute im Bahnhof erschrecken Macht immer Spaß Ich finde es interessant dass die alle Regenschirme haben Ich weiß nicht ob in Realität Im Schnee alle Leute Regenschirme haben Also kenne ich so nicht Im Regen klar aber im Schnee Jetzt geht es über die Highspeed Strecke Vielleicht sehen wir sogar gerade einen Das wäre natürlich cool Hier sehen wir leider nicht Kein South Eastern Zug Hier gerade entlang Städten an einem Bahnhof Also wirklich sehen können genau Kein South Eastern Highspeed Zug Der da gerade durchfährt Kein Javelin Das sehen wir ja gar nicht nur ein Javelin Kann mir gut vorstellen dass Die da an hohen Junction nochmal ein Javelin dran vorbeifahren lassen Zwanzig MPH im Vergleich In 1,9 Meilen So rechts ist auch noch eine Bahnstrecke Interessant Jetzt müssen wir gleich über so einen Extra Gleis geleitet werden wenn wir 20 MPH haben Oder sind wir dann schon bei hohen Junction Das ist ja gar nicht so weit entfernt von Gravesand Ach weißt du was wir auch vergessen haben Ich bin ein Trottel Ja sorry Sorry hab ich vergessen DSD in AWS Ich fiel mir gerade so bei gelben Signalen ein Dass wir das dann eventuell mal brauchen Vielleicht das nächste Signal sogar rot Weil es gibt manche Signale die sind immer rot Damit der Auto automatisch runter bremst Und werden erst nachher Zeit grün Also sind nicht rot weil der Streckenabschnitt vor dir belegt ist Sondern einfacher als Bremsmaßnahme Zumindest gehört dass es in Großbritannien öfter vorkommt Und ich glaube auch auf dieser Strecke Vielleicht für die 30 MPH Aber sonst sollten wir selbstständig für die 30 MPH runter bremsen Wir bremsen gleich noch ein bisschen auf die 30 Na bremst du noch langsam Aber könnte reichen Genau wie er jetzt gerade bremst Ich glaube das ist einfach nur die Kurve Wo wir dann Mit der Strecke aus Von der Die von der Highspeed Strecke Abzeug Zusammengeführt werden Gleich geht es dann durch Gravesend Und ich glaube kurz nach Gravesend Kommt dann schon Wo Junction Gravesend ist ja so der erste Bahnhof Wo die beiden Strecke zusammengeführt werden Also die Die von Lanzer Pancras Über die Schnellverstrecke kommt Die Strecke die von Ich glaube die kommt von Sharon Cross Ich glaube Sharon Cross Kommt die hier Aus der Ecke Also auch aus London Es hat nur die regionalere Strecke nach London Ich glaube Sharon Cross ist auch noch ein bisschen innenstädtischer als St. Pancrasse oder? Wurde ich in beide Mitten in der Stadt Das nimmt sich nicht viel So was macht da der Javelin? Ach wir sind schon auf der Strecke Da ist ja schon ein Javelin unterwegs Ja stimmt Vorne ist Gravesend Passt Ich wusste dass wir nochmal ein Javelin sehen Leute erschrecken in Gravesend im Bahnhof Das ist ja schon ein Javelin so, 45 haben wir jetzt nochmal, jetzt können wir nochmal ein bisschen beschleunigen gleich meine, so weit haben wir es jetzt echt mit dem So Junction jetzt geht es noch hier durch die diesen Einschnitt wieder, aber das war ja gerade, wo wir auch so ein bisschen tiefer gelegt durch die Stadt fahren, aber hier haben wir ja ganz viele Brücken darüber, was ich ein starkes Motiv finde wie viele Brücken hintereinander über die Bahnstrecke führt ich denke mal hat die Bahnstrecke in die Stadt ein bisschen, die Stadt Gravesend oder Storffsgraves, da ist ja eigentlich eine kleine Stadt, die Stadt Gravesend ein bisschen in zwei geteilt deswegen waren da einige Brücken möchtig und sieht dann natürlich aus wie so ein halber Tunnel, wenn so viele Brücken hintereinander über die Bahnstrecke führen so, ich denke mal, 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 ich Auch wie die ganzen Räder weiß sind, schön gemacht. Warten Schnee, wenn wir hier aufwirbeln. So, 20 haben wir gleich. Das ist dann auch kurz vor der Einfahrt nach Hohe Junction. Wir legen schon mal ein bisschen die Bremse an. Wir sind nämlich noch nicht ganz so schnell, aber fast so schnell. Und es geht bergab. Ich glaube, da war so ein kleiner Passagierbahnübergang, da habe ich lieber mal kurz Bescheid gegeben. Nicht Passagier, sondern Fußgänger über Weg, über die Gleise, die es in Großbritannien durchaus häufiger gibt. East Coast Tour haben wir in den letzten Folgen ja auch schon einige gesehen, also als wir zuletzt bei East Coast Tour gefahren sind. Ja, gelb habe ich gesehen. Ich glaube, da hätten wir noch ein bisschen langsamer bremsen können. Erstens werden wir dann nicht so ganz extrem mit der Geschwindigkeit runterkommen. Zweitens haben wir ja noch ein paar Meter. Mit 0,8 x 1 bis 20. Aber wir haben auch ein rotes Signal. Ja, das sollten wir vielleicht vorher nochmal anhalten. Sehr schön. Ich dachte, das rote Signal wäre erst in Hohe Junction. Aber ich denke, das rote Signal ist vorher. Wir werden noch einen Zug vorbeilassen müssen. Aus der Gegenrichtung. Bevor wir unsere Strecke freigegeben kriegen. Unseren Fahrweg. Im Schnee sieht das schon gut aus hier. Und dann bin ich mal gespannt. Da müssen wir noch ein paar Wagen zusammenstellen. Und dann geht es ja auch nur zurück. Also wir werden bestimmt anderthalb Stunden fahren. So, zuckern wir langsam aufs rote Signalzug. Und hoffen wir vielleicht, dass in der Zeit der Zug schon entgegengekommen ist. Dass wir dann durchfahren können. Aber ich vermute nicht. Das ist eine Classic 6, die da drin steht. Ja, ne? Meine ich. So. So. Das war jetzt AWS. Nick, was war es? Was war das AWS? Jetzt haben wir auf jeden Fall dieses Bestätigungssignal, dass wir noch wach sind, sozusagen. Oh, wir haben hier jetzt gerade grün bekommen. Sehr schön. Jetzt dürfen wir einfahren. Ah, guck mal, hier haben wir noch diese anderen Wagen. Ich glaube, die Wagen von Great Western Express. Das heißt, die Wagen. Sehr schön. Wir werden hier links rausgeleitet, ne? Okay. Wir kriechen hier gerade extrem lang. Aber ich hätte jetzt, also ich hätte jetzt ja gedacht, dass wir auf das Trottesignal bloß drauf fahren, weil, oder drauf zu fahren. Weil dann hat der Zug die Strecke blockiert, aber weil ich dachte, wir fahren in dem Bereich des Güterbahnhofs. Dann hätten wir ja das Gleis hier kreuzen müssen. Das ist ja ganz mal das Regengleis, wo viel Zugverkehr drauf ist. Wir müssen mal links raus. Okay. Ja, vielleicht habe ich den Zug der uns aufgehalten. Ich habe mal gekriegt hier hier. 15. Also, guck mal, wie die Gleise fast im Schnee versunken sind, weil es so zugeschneit ist, mittlerweile. Sehr cool. Ist natürlich auch dementsprechend glittig. Und rutschig. Ich glaube, manuell müssten wir jetzt nicht so bestellen in dem Weichen, ne? Ganz schnell, Kontrolle. Sehr gut. Müssen wir nachher abachten. Das war dann nicht auf ein falsches Gleis fahren. Sehr entspanntes Einfahren hier im Güterbahnhof. Im Güterbahnhof wird ja auch nicht gerast. Müssen wir echt langsam fahren, dass wir hier niemanden gefährden. Ihr kann ja auch mal in Arbeit darüber springen, über die Gleise. Deswegen rast man hier. Nicht so herum. Lassen wir über die Wagen jetzt gleich wieder mit hier die Richtung. Das könnte sein. Ne, das steht ja nicht. Muss ich doch noch einen Meter noch vorsetzen. Schade. So, fünf, vier, drei, zwei. Willst du mich veralbern? Soll ich jetzt zurücksetzen, oder was? Er hat heute seinen ganz genauen Tag, oder was? So für ein Quatsch. Hab ich noch nie gehabt. Normalerweise akzeptiert er immer, wenn man darüber steht. Aber das ist mal irgendwie nicht. Jetzt hat er es. Okay. Gucken Sie in die Klasse. Es ist von rechts zum Zugverband ab. Und gucken Sie. Hey, 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 bleib mal stehen, Kollegen. Bleib stehen. Hallo. Danke. Gucken Sie die anderen Ende an, um den Zugverband auf das Nebentfest zu bringen. Okay. So. So. Wir hätten wahrscheinlich erstmal die Feststellbremse anlegen müssen. Gut, wir wechseln ja nicht den Führerstand. Wir bleiben hier. Das muss kurz so machen. Jetzt setzen wir erstmal vor. Ich mache mir den hier wieder an, dann weiß ich, was gehen muss. Ach ja, und ich setze mich generell in der Klasse, das ist nichts mehr auf den Beinwand. Das sieht man hier auch. So. Dann noch ein paar Meter nach vorne. Wir fahren natürlich wieder gegen eine Bremse an, lieber Lava. Dann wird es natürlich nichts. Ich habe gar nicht mehr dran gedacht, dass ich kurz zurückgesetzt hatte. Jetzt. Interessant aus, dass die Scheiben völlig Schneefall bleiben, ne? Also, wie gut geschützt vor dem Schneefall. Ah ja, wir sollten nicht so rasen hier. Ich nehme zwar diese Aufgabe echt sehr pingelig mit den Anhaltepunkten. Jetzt machen wir eine Sache. Wir wechseln jetzt mal ganz kurz den hier auf Skierarbeiten. Wir nehmen hier die raus, indem wir aber jetzt auch mal kurz die automatische lösen. Wir könnten noch direkte nehmen. Wo ist denn diese Handbremse? Die war doch hier auch irgendwo. Die Klinge. Wir legen, halten die auf halten. Und lösen die automatische. Gehen dann gleich rüber. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Wurde ich zur anderen Seite noch angelegt. Ich hoffe nicht. Wir werden es sehen. Den Reverse habe ich nicht dabei. Ich trottel. Ja. 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 Was ist denn hier so ne Bremse? Ich muss jetzt doch irgendwie so ne Feststellbremse geben Oder ist das hier so ne Rädchen? Das ist wahrscheinlich so ne Rädchen, ne? Bei der etwas älteren Lok Hm, naja So, hier hoch Wir suchen uns hier hin Und weich haben wir richtig eingestellt Lösen hier nochmal, sehr schön Langsamfahrtsteuerung, Langsamfahrtkippschalter Damit könnten wir vielleicht dafür sorgen, dass er nicht so schnell fährt Auch interessant Dankeschön Und auch jetzt Und ne Bremse liegt auch wieder Ach, hier liegt noch ne Bremse an Okay, ich nehm mal das zurück Ich dachte, die wird gelöst Sollte nicht so rasen hier Oh, ja, Radschlupf Okay Ja, sollte man vielleicht aufzurecken Dass wir hier mal ein bisschen Radschlupf haben Bei den Temperaturen Oder vor allem bei den Bodenverhältnissen Wann spielen wir eigentlich? Ach, ich wollte neunter Februar Wollte gerade sagen, ist doch Das ist nicht noch vor Corona-Timetable hier alles Aber ist noch vor Corona Ging erst im März los Also kurz vor Corona spielen wir hier Deswegen auch noch sehr viel Zugverkehr Oh, mach wieder Radschlupf Aber man kriegt den schon noch runter Sehr gut Oh Und ein ganz bisschen zu früh Schade Dann einmal kurz wieder raus Ich glaub, die automatische Bremse können wir von der anderen Seite aber auch anlegen Das geht Ich glaub, die können wir von der anderen Seite auch lösen Das geht schon So, die brauchen wir nicht stellen Die brauchen wir stellen Dann wieder rein Ich mag Szenarien, wo man ein bisschen rangieren muss Ein bisschen raus und rein geht Ein bisschen Rumläuft Ach, rate mal, wer schon wieder die Universität vergessen hat Das heißt Das heißt, die können Sie da sind Ist dieses Mund-zu-Mund-Beatmungsding, ich weiß, off-topic, das soll man, glaube ich, nicht mehr machen. Also ich glaube, auch schon vor Corona und so, wo wir dann natürlich einige Angst hatten, sich irgendwie anzustecken und so weiter. Aber ich glaube, selbst vorher war, ist dieses Mund-zu-Mund-Beatmungsding seit mehreren Jahren, sagen die offiziellen Stellen, so von wegen, lieber nicht, braucht er nicht. Wichtiger ist Herzdruckmassage, so. Hier, Stayin' Alive und so. Also wenn das jemand kennt. Ist ja ganz witzig, dass man auf dem Rhythmus von Stayin' Alive von den Bee Gees, falls das jemand kennt, irgendwie aus den 70er, 80er Jahren so ein Lied, die Wiederbedingungsmaßnahme ganz gut durchführen kann. Geht nicht sogar auch Highway to Hell? Ich glaube, das ging auch. Ist auch ein ganz guter Gag dabei. Wenn man einfach mal Highway to Hell singt, im Endeffekt ist es dann aber auch egal. Also das ist hier diese Herzdruckmassage. Das, oder hier, äh, stabile Seitenlage, kennt man auch noch. Die Dinger, ja, aber ich glaube, dieses, äh, was zur Hölle macht er denn da? After first two instictions, check the pulse. Ach, Pulse, wer soll denn? Das sah gerade wirklich seltsam aus. Entfernen Sie das, äh, Gesicht von dem Körper. Nehmen Sie die Haut ab. Ne, das hat so ein bisschen komisch aussehen, fand ich. Aber es geht darum, einfach den Puls nochmal zu füllen. Okay, ergibt Sinn, ja. Das sagt, das bildet sich irgendwie auswendig. Naja, auf jeden Fall, dieser Part, ich glaube, der ist gar nicht mehr so aktuell wichtig, ist der Herzdruckmassage. Wie gesagt, äh, nicht, dass ich jetzt was Falsches erzähle und ihr irgendwie, äh, korrigiert mich an den Kommentaren. Ich hab gerade so ein bisschen Schiss, dass ich, wenn ich jetzt hier was Falsches erzähle und jemand wirklich mal in so eine Situation kommt und dann irgendwas falsch macht. So gut bin ich da auch nicht drin im Thema, aber ich habe meine, ich hab gehört, dass das Ding wesentlich wichtiger ist, als das Mund-zu-Mund-Beatmen. Für weitere Informationen wendet euch an euren lokalen Arzt, rote Kreuz, was auch immer. Ich hab keine Ahnung, ich will noch nicht hier irgendwie falsche Informationen daraus ballern, ohne dass ich Ahnung habe. Gut, äh, das hat mich gerade interessiert. So, äh, Elektro-Socks, okay, ja gut, Overhead-Tription, Live-Overhead-Equipment. Au, ich geh jetzt um Oberleitung, aber cool, dass das ja alles liestbar ist. Grabber-Articles. Oh, interessant. Ja, geht's um, wenn jemand an der Oberleitung irgendwie, oder an, an der, ähm, Stromschiene, Elektrostock-Kriegs und so. Glaube ich. So, interessant, weiter geht's. Ich hoffe, ich hab jetzt gerade keine medizinischen Fehlinformationen verbreitet, die ich als Google mich noch sperrt, weil ich hier sage, dass Mund-zu-Mund-Beatmungsdinger, glaube ich, nicht mehr aktuell ist. Wie gesagt, vertraut mir nicht. Vertraut Leuten, die Ahnung haben. Ich bin ein Dude, der irgendwie ein bisschen Züge spielt. So, äh. Den wollte ich reinsetzen. Wir lösen die Bremse. Und vorwärts geht's. Ah, nicht da ranknallen. Bonk. Oh. Na, war der Profi-Rangierer. Aber ich bin nicht nicht leist. Das ist schon mal ganz gut. Ja, gut. Ich rechne die ganze Zeit nicht mit diesem Rad-Schlupf. Logisch. Und dann, ob man den ja nicht mal runterkriegt. Kriegen wir den Sorgekoppel? Alter. Was war das denn für ein Sprung? Ja, funktioniert. Ich bin auch einfach mal mit halben Meter gehüpft. So wie das aussah. So, wir fahren mal wieder vorwärts, ne? Sollte man vielleicht nicht so häufig machen. Die Wahrscheinlichkeit, dass man da nicht leistet, ist, glaube ich, nicht allzu gering. So. Wir wollten auf der anderen Seite erstmal den Richtungswendler rausnehmen. Vielleicht lerne ich das heute nochmal. Die brauche ich nämlich. So, Richtungswendler, wo bist du? Da ist er. Danke. Den nehme ich mal mit. Den mobs ich mir einmal und dann gehe ich auf die andere Seite wieder. So. Wie war richtig? Ja, fahren. Ich wollte nur gucken, nicht dass wir irgendwie wieder im Rückwärtsgang sind oder so. Wir fahren doch schon wieder gegen eine Bremse an. Gegen irgendeine Bremse fahren wir an. Einen Moment. Habe ich hinten wieder irgendeine Bremse angezogen? Ja, ich renne gefühlt gerade alle fünf Minuten hin und her. Alle paar Minuten. So, zack. Wieder aufstehen. Müsst ihr mal sagen, ob ich vielleicht wieder einstellen soll, dass der Typ automatisch geht, nicht rennt. Weil dieses Rennen könnte im Bild ein bisschen, wenn man zuschaut, ein bisschen extrem sein, wenn ich hier durch die Gegend sprinte. Die ganze Zeit geht noch schneller, aber sagt mir Mann, wenn das zu nervig ist, wenn ich die ganze Zeit hier durch die Gegend renne. Gelöst, glaube ich. Aber welche Bremse sollte denn sonst anliegen? Die ist auch gelöst. Er hat auf jeden Fall gerade so wie der Queech, dass irgendeine Bremse nicht vernünftig gelöst ist. Ich habe das Gefühl gehabt. Hör zu. Die waren auch alle gelöst, ne? Ja, dann gucken wir noch mal, ob es jetzt vielleicht geht. Besser, ne? Ja. Vielleicht waren die Bremsen einfach noch ein bisschen angezogen. Nein, den Wagen. Kann ja sein. So, jetzt ist die angehalten und dann ziehen wir die, glaube ich, noch mal, ziehen wir die Rückkehrs wieder rein. Gucken wir die wieder ab. Dann nehmen wir noch mal sechs Wagen mit oder sowas. Mal gucken, was wir machen. Jetzt bin ich mir gar nicht so sicher. Oh, langsames Tempo. Haben wir den jetzt angemacht, den Kippschalter? Okay, wir müssen diese langsame Fortsteuerung schalte ich gleich dafür mal an. Das interessiert mich, wie die funktioniert. Damit man wahrscheinlich besser diesen Zug kontrollieren kann. Und diese Lok, die ja schon relativ viel Power hat. Wir müssen halt direkt vom roten Signal anhalten. Nicht ganz direkt, aber so fast. Dafür die Wagen wieder rückwärts reinkriegen. So. Bremse ich schon mal ein bisschen. Wenn wir immer noch Radschlupf haben und ich will nicht über das rote Signal rutschen. Schön. Done. Komm, das machen wir per Hand oder? Komm, wir machen es per Hand. Ich finde das irgendwie schöner. Müsst ihr immer sagen. Könnt ihr auch gerne sagen, mach das lieber alles per, wenn du weiter so Regieraufgaben machst, per... Taste 9, per Map, hier. Aber ich finde das irgendwie schöner, das per Hand zu machen, ehrlich gesagt. So. Das ist richtig. Das ist falsch. Richtig. Richtig. Hier, ne? Ja, hier rein. Falsch. Ja. Müsste passen. Sehr gut. Das ist mal den Rückwärts da rein. Den Zug. Dann geht's wahrscheinlich, dann stellen wir die Wagen da ab. Und nehmen irgendwelche anderen Wagen gleich mit. Vielleicht von der anderen Seite. Das wäre auch cool, wenn wir jetzt mal kurz kurz wechseln müssen und auf der anderen Seite noch welche holen müssen. Von der anderen Seite des Regierbahnhofs. So, turn auf. Hier hoch. Turn zu. Von hier aus fahren. Dann bräuchten wir jetzt ja eh den Rangierbegleiter, den spiele ich auch gleich wieder. Herz. Lösen. So. Rangierbegleiter spielen und zurücksetzen. Oh. Dann langsam zurück. Nicht zu schnell werden. Wir müssen ja immer noch bremsen können bei den Bedingungen hier. Interessant, dass wir angeblich gleich 60 fahren dürfen. Das ist, glaube ich, nicht ganz richtig. Schneidet sich hier ganz schön zu. Man sieht schon, wie langsam alles hier von Schnee bedeckt ist. Ein bisschen Leistung machen wir noch, dass wir so 5 mph halten. Hätten vielleicht vom Anfang nochmal kurz Bescheid sagen müssen. Mit dem Horn, dass wir hier abfahren. Ich meine, hier sind ja auch keine Wohngebäude in der Nähe. Da kann man jetzt übrigens mal ab und zu Bescheid geben, dass man hier losfährt. Wenn hier noch andere Arbeiter vielleicht rumlaufen oder so. So. Aus. Obwohl bei dem Wetter wahrscheinlich... Naja gut. Niemand hier seine Pause verbringen wird. Die werden da alle drin sein. Aber wenn hier noch Leute arbeiten, man weiß ja nie. Dann sollte man vielleicht ein bisschen vorsichtig sein. Ich finde auch, dass man die Wagen... Guck mal, man hat die Bremsen von den Wagen richtig gut. Richtig schon gemacht. Vielleicht rangiert hier. Wäre ja cool noch, wenn er hier noch rangieren würde. Ehrlich gesagt. Ich mag ja Szenarien, wo er dann noch ein zweiter Zug irgendwo rum rangiert. Das stelle ich mir sehr cool vor. Ein paar Eier hat's haben wir noch. Sinn. Was hat das denn gerade schon wieder? Ich habe mal so ein bisschen zu tun, wenn es so rum wackelt. Dass es halt gleich schon klar ist. So. Dann koppeln wir kurz die Eierf-Wagen ab. Mal kurz abkoppeln hier. Zack. Sehr gut. Nehmen Sie den wartenden Zugverband auf und bringen Sie zurück nach Dartford. Ah, okay. Machen wir. Müssten wir nur sagen, wo der wartende Zugverband ist. Und ich setze mich schon wieder auf den falschen Sitz. Ja. Aber wir müssen immer wieder rausziehen. Schauen wir mal eben, wo wir hin müssen. Ach stimmt, wir waren jetzt tatsächlich hier rüber. Ah, sehr cool gemacht. Hätte ja was, dass wir das machen. Hier rüber. Und nehmen dann hier irgendwo Wagen mit. Okay, interessant. Sehr cool. Gut. Wir bleiben mal beim Rangier. Bei der Rangierbeleuchtung. Erst wenn wir dann auf der Strecke Richtung Dartford gehen, werden wir sie wieder ausmachen. Löschen wir mal die Bremse. Und dann geht's vorwärts. Okay, hier ist das Signal voraus. Wir müssen hier aber nicht weit. Wir setzen hier nur ein bisschen vor. Um dann rückwärts in den anderen Teil des Rangierbahnhofs reinzusetzen. Um dann dort die Wagen zu holen. Jetzt sollten wir natürlich ein bisschen schneller sein, ehrlich gesagt. Weil wir blockieren jetzt so lange die Hauptstrecke, ne? Oh, das wird der Fahrdienst leider schon richtig gemacht haben. Der wird schon eine vernünftige Lücke hoffentlich abgepasst haben. Wo wir da drauf dürfen. Wir haben jetzt wahrscheinlich auch nicht die höchste Priorität als so ein Güterzug. Dann wird ja schon geguckt haben, dass da von hinten und von vorne keine Personenzüge in der Zeit kommen. So ein bisschen ein Ruhefenster haben. Indem wir jetzt hier einmal über die Hauptstrecke rangieren dürfen. Oder über die normale Strecke. So, noch 500 Yards. Jetzt nochmal über die Weiche hier. Dann setzen wir zurück. Und holen kurz die Wagen. Aber ich glaube, wir fahren wieder diese Schüttgutwagen, die wir gerade gefahren sind. Gut, das andere sind auch Schüttgutwagen. Wäre irgendwie ganz cool, wenn wir jetzt die fahren würden. Die hier. Dieser DB Schenkerwagen. Ein bisschen noch 10 APH können wir auf jeden Fall hier fahren. Mal kurz warnen hier am Bahnübergang. 6, 5. Sehr gut. So, dann. Einmal Seite wechseln. Wie oft haben wir hier schon auf den falschen Platz hier gesetzt. Den lösen wir nochmal voll aus. Zack. Und auf geht's. Die Weichen sollten jetzt alle richtig gestellt sein. Ich schau nochmal ganz kurz. Oh, passt. Ja, ja. Die ist richtig gestellt. Die, die. Perfekt. Die anderen sind alle automatisch. Dann geht das auch. Dann langsam an den nächsten Wagen ran. Die abholen. Dann geht's hoffentlich direkt wieder auf die Strecke Richtung Dartford. Wir müssen mal gucken, ob wir dann direkt frei haben Richtung Dartford. Oder ob wir dann noch so einen Personenzug durchlassen müssen. Oder sowas. Das kann ich mir vorstellen. Leistung raus. Ein bisschen mehr Power noch, ne? Komm. Ein bisschen mehr Power noch. 50, 40 Yards, 30 Yards. Bremsen. Oh, wir sollten hier schon mal stehen bleiben. Ah. Über einen Ort fahren. Gut. Ich dachte ja gerade, wir sollten da stehen bleiben. Nee. Aber das soll ich über einen Ort fahren. Jetzt natürlich langsam an die Wagen ran. Wir sind zwei MPH. Oder eigentlich ist es ja noch weniger, wenn du sagst, du bist ein 2K. MPH ist ja noch ein bisschen weniger. Und hier habe ich auch das Gefühl, wir haben irgendeine Bremse noch angelegt. Oh, das war wieder ein bisschen schneller. Dank gedonnert. So. Macht er das? Ja, macht er. Sehr gut. Eingekoppelt. Guck mal, ob die Türen alle zu sind. Wir müssen ja nicht ohne die Wärme hier verlieren. Den Zug. So. Habe ich dir mitgenommen? Natürlich habe ich nicht mitgenommen. Wie auf, will ich den Reverse heute noch vergessen? Ach, wir sollen ja auch noch welche. Ach, wir müssen noch ein Stück zurücksetzen. Ah. Okay. Trotzdem nehme ich den Reverse schon mal mit. Und. Ach, komm. So. Äh. Ach ja, ich weiß jetzt wieder, wo die Handbremse war. Hier, die wir die ganze Zeit, die habe ich die ganze Zeit vergessen. Ich habe die nämlich immer gesucht gehabt, dass wir die anlegen, wenn wir die Führerstand wechseln. Ach, verdammt. Ich wusste, dass der irgendwo eine hat, aber ich war mir nicht mehr sicher. Ich bin doch erst vor kurzem gefühlt Class 66 gefahren. So. Aber dann können wir nämlich die Bremsen auch immer gelöst halten. Wir müssen da keine Sorgen machen, dass er irgendwie wegrollt oder irgendwie der Zug sich bewegt. So. Die war noch nicht gelöst. Jetzt soll das losgehen. Die lösen sich noch. Man hört das Zischen. Die Bremsen lösen sich noch. Jetzt rollen wir. Und dann geht es gleich wieder vorwärts Richtung Dartford raus. Und dann müssen wir gleich wieder die Streckenlichter anmachen für die Lok. Ein Stückchen ein bisschen schnell. Wir können die Leiste schon mal rausnehmen. War das gut? Das war saugut. Sehr schön. Du bist gebremst. So. Done. Dann. Warte mal. Ich möchte noch mal ganz kurz den Führerstand. Ach, dann soll ich mal nach vorne einschalten. Wir gehen mal ganz kurz die legen mal wieder an. Und hinten nur ganz kurz Licht ausmachen. Eigentlich ist das auch egal. Ich glaube, das ist kein Problem, wenn das hier mit Licht fährt. Sieht nur doof aus. Deswegen machen wir hier kurz das Licht weg. Und da aus. Passt. Tür offen gelassen. Die Tür ist zu. Wieder zu. Zu. So. Ich weiß, wenn er nach vorne ist, eingestellt. Fährerspeicherbremse lösen wir wieder. Die lösen wir auch wieder. Und auf geht's. Ich glaube, dass der ganze Zug jetzt gelöst hat. Könnt ihr mal hinten hören. Ja, er löst nochmal etwas noch. Jetzt geht's los. Dürfen wir? Ja, wir dürfen. Sehr gut. Wir haben direkt Ausfahrt. Sind die auch wieder leer eigentlich, die Wagen? Jo. Okay, wir fahren den leeren Wagen umher. Keine Ahnung. Ich hätte jetzt gedacht, die wären voll oder so. Ach ja, und eine, da habe ich vergessen. Taglicht. So, schon. Da will ich jetzt ja wieder auf Strecke gehen. Der Taglicht an. Dann dürfen wir auch gleich wieder höher beschleunigen auf 45 und ich weiß gar nicht, was davon dann fahren. Das kann ja nicht höchstens hier. Ich weiß nicht, was die Wagen höchstens dürfen. Das müsste ja irgendwo auch in dem Wagen dran stehen. Ich schaue mal ganz kurz, ob ich das sehe. Na bitte, die 3 hätte ich ganz gerne. Vielleicht steht da ja wirklich irgendwo eine MPH-Angabe dran. Ich bin zu schnell. Aber ich habe jetzt auch keine Angabe gesehen. Vielleicht habe ich sie auch übersehen. Auf jeden Fall geht es jetzt wieder Richtung Stoffstrecke. In Richtung Dartford. Mal gucken, bis man einen Radschlupf kriegt. Stufe 8 ist so, dass man Radschlupf bekommt. Ist mal Stufe 7 eingeschaltet. Und da fahren wir jetzt noch so circa 20 Minuten bis Dartford. Anderthalb Stunden, habe ich ja gesagt. So ungefähr. Das passt ganz gut von der Zeit. Und da fahren wir jetzt. Und da fahren wir jetzt. Wie ist das? Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 mal warnen, dass wir kommen und die Stadt dabei aufwecken die Leute, die auch früh aufstehen müssen, sollten ja schon wach sein da beim Regenschirm kannst du durchaus mal hervorgucken und sehen, ein bisschen zur Seite gehen, wenn der Zug kommt da waren wir nämlich fast schon wieder zu nah dran aber da geht alles noch so, Kombihebel 0 die Backup und lassen wir ihn rollen ich dürfe jetzt eh gleich 45 das war nur die Spanungsdurchfahrt, die 30 so, 5 ein paar, jetzt sagst du das wir können auch irgendwie Längenmessung machen ich drücke mal Zuglänge, mal sehen was passiert was für ein Geräusch wir hören, wenn er die Zuglänge abgehört hat ich hab noch kein Geräusch gehört, was gesagt hat, die Zuglänge war das die Zuglänge, dieses Ding kann auch sein, dass das gerade die Zuglänge war nee, aber die waren nicht die das war AWS das wird nicht dasselbe Geräusch sein wie die Zuglänge, nein wäre doof, wenn sich das AWS und die Zuglänge dafür dasselbe Geräusch verwenden das wäre leicht verwirrend das wird schon ein anderes Geräusch sein aber ich hab's nicht gehört, keine Ahnung, vielleicht wusste das auch nicht das wird 45 mAh wieder Richtung Dartford das wird 45 mAh wieder Richtung Dartford aber hat schon zu ziehen, ne, die Classics ist jetzt mit dem Wagen so viele sind sie auch nicht ein bisschen Steigung ein bisschen Schnee und dann hat er schon zu ziehen ich frag mich nur, warum das Ding, wenn ich wage, der nicht gewinnt heißt keine Ahnung so waghalsig war jetzt hier nicht bei der Fahrt fand ich waghalsig hab ich waghalsig gesagt? waghalsig, ja egal Deutsch unten wieder Highspeed Strecke oder könnten wir dann auch hier einfädeln auf die Highspeed Strecke, sehr interessant ich bräuchte nur ein oberleuchtungsfähiges Fahrzeug so ich bräuchte nur ein oberleuchtungsfähiges Fahrzeug ich bräuchte nur ein oberleuchtungsfähiges Fahrzeug ich wollte gerade sagen, wir sind hier in der letzten Zeit sehr viel Güterzug gefahren aber zum Beispiel gestern in der Folge sind wir ja auch dann wieder Personenzug gefahren ein bisschen Abwechslung haben wir dringend gehabt aber ich mag Güterzug fahren ich mag auch rangieren mal ganz gerne ich mag vorhin diese Szenarios, die wir jetzt haben wo man beides tut wo man so ein Stückchen Strecke fährt das hatten wir ja auf Würzburg auch schon mal Würzburg-Kassel ein Stückchen Strecke dann fährt man wieder rangiert man ein bisschen hinterher und dann fährt man wieder ein bisschen Strecke oder man fährt ein bisschen Strecke rangiert oder man rangiert zuerst und fährt dann ein bisschen Strecke die Szenarien fahren wir eigentlich immer ganz gut Können wir eigentlich über diese Brücke rüber? müsste man da rüber laufen können, ne? also wenn man jetzt hier seitlich hochgehen kann müsste man auch über diese Brücke da rüber laufen können müsste man irgendwann mal ausprobieren dann nähern wir uns schon schnell Dartford an wenig Gegenverkehr finde ich gerade für 8.34 wir haben ja jetzt einen Javelin noch auf dem Rückweg gesehen und sonst gar keinen Zugverkehr eingestellt wegen Schnee keine Ahnung glaub ich vielleicht ist die Stromschiene kaputt wir haben diese Motor deswegen brauchen wir uns da keine Sorge übermachen ach ja wir fahren noch zu schnell jetzt können wir ihn auch rollen lassen jetzt können wir ihn auch rollen lassen startford 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 ... 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